hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde und wir sind level 24 24 genau da hat mich an gucken mich an ne warte ich muss mal punkte auf was gehe ich denn jetzt ist immer nett wenn du zeigst wie ich mich umziehen und fertig mache für dich weißt du du bist ja cool ich bin der ritter in der goldenen rüstung ja und ich habe auch meine rüstung hier schon irgendwann da und ich ziehe jetzt also ich ziehe jetzt ja so halb blau also so passt mal auf jungs mädels also am alter am alter habe ich zwei drei sachen hergestellt ich habe einmal meisterliche heilung hergestellt und für andere so ein blitzschlag so und dann haben wir ja wir haben unsere rüstung gekriegt hier ist so eine fette fähigkeiten der meteor schauer okay würdest du dich vielleicht mitnehmen mitnehmen so der rüstung es gibt hier schöne rüstung das ist jetzt so die stärkste aber für für dafür für uns gase und wir wissen nicht wo wir die gase herbekommen gase kann man nicht herstellen längst wo haben auch geguckt und ich habe sogar extra wgp mehr aufgemacht nebenbei hat es mal versucht rauszulesen aber er steht da leider nichts und wir haben jetzt kurz die falsche seite gehabt oder was ich habe auch nur ein zeugung nachgeguckt also ich habe jetzt kurz vor der folge noch mal nachgeguckt ob ich da etwas finde aber finde ich leider nichts so dass die heilung vielleicht in der nächsten in den nächsten spiel in der nächsten ford dann bauen kann ja dann denke ich noch mal meine alte rüstung in habe ich noch platz drunter truhe da hat der liebe andere schon alles reingeschmissen schmeiß es in irgendeine andere truhe komm nicht auf das ding hier war doch irgendwo blitzschlag drin kannst du jetzt mal aufhören immer die gleiche guck was ganz anderes an als dieses mit dem anvisieren bei diesem spiel ist wahnsinnig umständlich und schlecht gemacht finde ich so ich nehme das mit das ist mit die osche aber das ist fett mal nach jener auf und mit und manche generation 102 mal und 17 also lassen wir natürlich den umhang drinnen und schmeißen den anderen umhang muss er denn ich habe auch noch zwei sachen für dich ich habe mich sofort in den müll geschmissen was soll ich mit dem rot habe ich gerade gehabt keine ahnung so jetzt muss ich mal ein bisschen die wachen kann ich auch weglegen den schmeiße ich auf den behalte ich den feuer schmeiße ich auch raus haben wir hier noch rezepte lernen blauer kristall hätte sein können vielleicht finden sie auch einfach nur ein rezept jetzt ist man das so finden soll weiß man ja ich weiß es nicht aber ich dachte auch wir gehen gleich los ich bin ja weit kannst du ich bin auch so weit ich bin hier denn 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 oder ist noch besser auch zum schattenkönig also ich habe einmal um ein dps um 50 prozent zu erhöhen und dann habe ich halt noch eine richtige attack klinge mit wenn ihr wenn er da unliegt dass ich richtig schaden raushauen kann da sind wir jetzt mal gespannt das ende der welt stufe 30 schön weglaufen wenn er wirbelt vor sich der wirbelt aua das macht trotzdem noch schaden okay ausweichen ausweichen er wirbelt er wirbelt ein kristall ist kaputt achtung er schmeißt das zeug ausweichen und er kommt wieder angewirbelt er wirbelt noch mal ich bin mit dem wirbel er schmeißt alles gut jetzt hat er mich gleich getroffen ganz auf heil dich weil ich bin auch fast tot aber ein kristall steht noch ich bin genau rein gewollt er wirft wieder vorsicht aber hast du die heilung übrigens abgekriegt ja aber die macht dich viel bei mir das sind 160 die du machst das ist ja bei mir ist das schon viel ja danke festhalten fest scheitert dankeschön und jetzt jedes mal wenn ich auf schiff klicke weil ich schnell weggeklicken ja gut bei mir ist alles aber du hast den tod gemacht wie tot gemacht ne umgehauen hau zu oh durch diese feststeintaste jetzt ist er wieder ermutigt jetzt geht's dir wieder er rollt ich rolle weg er wirft weg ausweichen ausweichen und ausweichen er rollt er rollt wieder er wirft ausweichen ausweichen und ausweichen falsch reingerollt ich sag dir schon wann du ausweichen musst ja ja war okay ich bin auch falsch reingerollt schon wieder ausweichen 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 und ausweichen immer nur eine so eine rolle zur seite reicht aus wenn ich dir den wenn ich das sage hallo ho ja ich hab aber auch nicht die zeit irgendwie stehen zu bleiben ausweichen 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 ja das ist nämlich das problem ausweichen das ist nämlich das problem ich hab mir gerade auch versucht die äh das ding zu wechseln was wolltest du wechseln naja das ziel wechseln macht er nämlich auch nicht so richtig und tschüss das doofe ist wenn wir so schön zusammenstehen dann trifft uns alles ich bin aber auch gleich tot ich hab noch ein viertel leben und ich hab dir die ganzen heiltränke gegeben komm doch mal hin zu dir zum heilen was willst du auch bei mir heil dich bleib du voll dann kann ich auch mal sterben dann hätte ich mehr leben ausweichen nie nach vorne rechts links oder nach hinten geht auch jetzt schon wieder also ich kriege dann heute schon wieder nicht gebacken also heute ist das du guckst den an und sie kommen dir entgegen und du schaffst es nicht die auszuweichen ja andere ich kann nicht ich kann nur rollen weil er immer so nur warum rollt der denn genau hier vorne rum weil wenn ich jetzt nämlich so wie jetzt habe dann habe ich immer ihn im visier ja guck und dann guck der mal automatisch dahin ja dann müsstest du gerade auch dann müsstest du ja die dinger kommen sehen komm angreifen jetzt die moon weg boah ich wäre fast runtergefallen Achtung Zauber komm gleich jetzt ausweichen ausweichen nach dem ausweichen einfach stehen bleiben er haut nochmal dreimal danke ich bin stehen geblieben war ich tot ja nach dem ausweichen kannst du stehen bleiben ja schmeißt drei mal eins zwei und dann nummer drei nummer drei ich meine damit du musst dich hundertmal rollen um den auszuweichen eine rolle reicht ne geht aber nicht bei mir weil ich dann nämlich stehen bleibt dann kriege ich nämlich den anderen ab ausweichen 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 ja in der Richtung wo na wenn er angerollt kommt dann musst du öfter mal du kannst sobald er seine animation anfängt und mit dem arm wedelt kannst du schon anfangen auszuweichen dann hat er deinen punkt da wo du stehst ausweichen hat die viele neben er wie verhaust du macht zwei oder dreihundert kannst weg von ihm nicht aufgepasst das gute ist wenn so ein kristall kaputt geht heile ich mich immer reicht sogar wenn du dich seitlich wenn du seitlich nur gehst schaffst du es schon dem auszuweichen diesen komischen würfen jetzt habe ich nichts mehr gesehen das war eben zu hell und du bist auch trüb bestimmt ne jup danach kannst du dich einmal schaffst du auszuweichen ne jetzt schaff ich nicht das ist ja komplett voll wieder ne ja ach wenn du soweit bist oder soll ich dich erst eine stunde ausweichen lassen es ist aber so andere ich habe eine andere gesicht wenn er auf eine fixiert ist und ich mich wegdrehe er guckt da nicht automatisch hin ich sehe das nicht ich hole weg von ihnen er hat zwar ihn fixiert ne aber ich sehe doch mal die kammer auf und drauf ja dann rolle ich dann rolle jemand nur raus kann ich jetzt schon sagen so ich bin soweit also dann sag mir was soll ich machen soll ich dir immer ansagen wenn du die rollen musst ja weil sonst würde das nämlich gar nichts das ist ja du wolltest läuft spielen ja ich frage mich grad wie also wenn die kreis ganz gut jetzt jetzt zu spät du musst das früher sagen ich sag sobald er die hand bewegt weil wenn du es vorher machst nimmt er dein movement mit jetzt jetzt und jetzt jetzt das war's jetzt ja ich hab mich drauf geachtet weil ich kein mana hatte mehr jetzt dann stirbt man ja dann kann man sich nicht heilen mehr so er ist zu also nicht tot aber er liegt unten das schwert ist auch echt cool das was wir gedroppt haben beim drachen so henrik geht gleich los jetzt ne noch nicht ok jetzt jetzt und jetzt du läufst die ganze zeit anstatt still zu stehen und dann zu dich dann zu bewegen ja weil jetzt kommt er nämlich zu mir wieder an und haut mich und er lässt dich da ganz schön alleine weißt jetzt es geht ja nicht um das rollen jetzt also wenn er rollt jetzt sondern davor wenn der diese schüsse macht da musst du wenn er so auf dich zukommt musst du wegrollen da sag ich gar nichts jetzt 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 wenn er so rollt ist das klar da musst du öfter rollen dass du weg kommst jetzt jetzt und jetzt ja du bist eben genau in meinen schuss reingerannt der auf mich getroffen also auf mich ging also dich darf ich nicht stehen dann kann ich mir auch nicht ausweichen jetzt jetzt ja ich rolle genau da rein ja das das ist ja das Problem bei dir ja das das ist die Sache weil du quer durch die Map läufst und dich von einer Stelle von rechts nach links hüpfst ja ich kann aber nur er ist tot komm man kann von rechts nach links kann man den ausweichen aber du rennst immer über die komplette Map damit ziehst du natürlich seine Schüsse auch überall hin jetzt oh das war zu spät jetzt ich oh ich hänge an dem blöden scheiße zu spät ich hänge an dem blöden kristallfest eben ich hatte mich auch total gut getroffen jetzt 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 und du bist wieder du bist genau zu mir gerannt dadurch habe ich gerade voll eine abgesämmelt gekriegt ja tut mir leid aber ich stehe hinten am kristall jetzt 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 eigentlich bist du nur am sterben ne benutzt du Heiltränke ja ist eigentlich schade drum um mein Zauber ne aber um die Heiltränke ist es eigentlich schade und du bist ja eh ob du voll bist oder nicht jetzt 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 ich bin wieder getroffen wegen dir weil du wieder genau zu mir läufst ja tu mal leid dann stelle ich woanders hin ey ich stehe auf der einen kleinen Ecke ja du hast 80% noch von der ganzen Fläche so wenn du es jetzt nicht schaffst auszuweichen können wir nochmal anfangen so so ich lebe wieder jetzt 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 und jetzt ich bin schon wieder so gut wie tot Jupp jetzt bin ich tot wenn du nun alleine nur parallel zu ihm also nicht parallel zu ihm läufst sondern einfach quer vor ihm hin und her läufst trifft er dich schon alleine mit diesen Wurfdingern nicht schon wieder bist du zu mir gerannt eben ja tut mir leid ich hab dir gerade geholfen beim Dings oder soll ich das auch lassen naja während des Werfens ist es manchmal besser das zu lassen so wer rollt auf dich zu laufen laufen und laufen du brauchst dich mal rollen um den auszuweichen nö krass die haben also wenn er so auf dich zugerollt kommt ja aber bei dem werfen ja weil er wirft das werfen ist das Schlimme er wirft und dann er rollt auf mich zu jetzt hat er mich jetzt hat er mich beworfen und du hast nichts gesagt ach ey das ist ja wieder das wird dir alles sagen was jetzt jetzt und jetzt und du bist schon wieder in meine Richtung gerollt kann das sein wie habe ich gerade zwei Schüsse von ihm abgekriegt und jetzt ja dass ich hier nicht wechseln kann und jetzt du kannst du mir am meisten an ja das kann ich glauben das kann ich glauben ich sag mal dadurch dass ich nahe kämpfer bin geht es immer noch relativ aber ich kann mir das vorstellen wie es das nahe kämpfer ist äh bewegen du brauchst eigentlich bloß gehen einfach nur nicht stehen bleiben und rum gehen dann reicht das echt dass er dich mit dem werfen nicht trifft ja aber er rollt dann im hinterher gleich hinterher ja da dann wieder aber du brauchst keine Angst haben weil du hast du hast Angst dass du runterfällst du brauchst einfach nur gehen naja jetzt bin ich tot ich habe keine Mana tränke mehr jetzt habe ich einen Mana tränke habe ich noch oh verdammt komm 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 mach hin Henrik er liegt gerade unten hättest du gleich mit drauf gehauen wäre er tot gewesen Entschuldigung du gehst spazieren spazieren bewegen ja wow gebt ihr schon recht dass er immer auf dich zu rollt ich habe auch keine Ahnung warum aber das ist mit genauso mit dem Wurm ne tausendmal den Wurm gemacht immer wieder auf mich ja das stimmt allerdings gespuckt hat er immer auf dich ja und ich konnte nichts machen ich konnte die ganze Zeit nur rollen jetzt kann ich schon wieder mit Tab kein kein Kristall auswechseln Vorsicht ja ja oh oh ich bin zu dicht Vorsicht Vorsicht er wirft Dankeschön das hat nämlich ganz schön gesessen von ihm eben war er grad zu übermütig komm 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 liegt ist er schon tot ja und wo sogar was freigeschaltet beim stream kein seger ein astralherz 20.000 leben äh 20.000 xp 19.000 ja der Wurm hat 2 gebracht wow ich habe echt nur ein astralherz mehr habe ich nicht hast du doch irgendwas ja ich habe hier guck mal hier der kürze fixer säbel karlsbiss ab level 29 das ist gut das ist sehr schön eigentlich sogar so dann gucken wir mal was überhaupt zu das Tor ob es jetzt noch weiter geht oder nicht ja die Folge ist eigentlich zu Ende würde ich mal sagen würde ich mal sagen wir beenden jetzt die Folge so schnell und sehen uns in der nächsten Folge wieder tschüss tschau tschau